Hallo ihr Lieben, hallo Christine, du siehst gradios aus. Ja, finde ich auch. Ich bin die Pipi, Christine könntest du jetzt singen, oder? Ich bin die Pipi Langstrump, Tralajitra. Auch eine geile Art Präsenz zu zeigen, oder? Also die Frisur ist ein echtes Statement, sorry. Absolut, aber normal laufe ich so nicht rum, das ist jetzt nur für diesen Moment. Für den Moment, genau. Ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zurück zu Sprechzeugs nach der Sommerpause. Wir haben wieder das gleiche Setting einigermaßen aufgebaut, trotzdem hat sich ein bisschen was verändert. Christine, Statement, wir sind ja beim Thema Präsenz, haben wir vor der Pause aufgehört, damit machen wir nach der Pause weiter. Das ist übrigens eine Fistrose, aber keine echte, weil die im September gibt es die leider nicht mehr. Total schade. Ich liebe die, das sind meine Lieblingsblumen. Aber die gibt es echt in einer sehr guten Art, in künstlich, und die sehen super echt aus. Ich habe extra welche besorgt. Die gehen dann so schön auf. Die brauchen wir vielleicht heute, vielleicht nachher nochmal, mal gucken. Ich lasse einfach mal hier stehen. Ich finde die einfach schön. Auch wenn ich sonst Plastikblumen nicht mag. Aber die fand ich jetzt wirklich mal total nett. Statement. Gehen wir nochmal zurück. Wir hatten ja beim letzten Mal vor der Sommerpause dieses Hey, was euch hilft, dass die Haltung schon mal zeigt. Hallo Welt, hier bin ich. Wenn da eine Klamotte unterstützend ist, wie, keine Ahnung, High Heels, bei mir wäre das nicht so. Oder wie ein bestimmter, bestimmte Farbe, bestimmtes T-Shirt, bestimmter Jackett oder was auch immer. Nur bitte darauf achten, dass er hier so den Oberkörper nicht zu sehr einengt. Also nicht das kleine Schwarze aus dem letzten Jahr, was ein bisschen eng geworden ist in der Taille. Weil sonst müsstet ihr die Luft anhalten und den Knopf zu machen. Was ich damit sagen will, bitte nicht die Luft wegnehmen. Lasst euch Raum zum Atmen, weil den braucht ihr für eure Stimme. Aber den braucht ihr auch, um einer guten Präsenz da zu sein. Nur gibt es natürlich noch andere Statements, wie jetzt zum Beispiel Christines lustige Schwänzchen hier rechts und links. Und there is no planet B. Absolut. Statement T-Shirts. Da habe ich einige von. Zeig mal, du hast doch noch ein paar mehr, oder? Ja, ich hatte mal von einer lieben Freundin ein tolles Shirt geschenkt bekommen. Och Gott, wie süß. Ja, es ist mal. Dann könntest du, ne? Also ich habe tatsächlich mal drüber nachgedacht für meine Schwester. Die heißt ja mit Spitznamen Schnecki. Die kriegt von mir immer was mit Schnecken. Im Moment schreibe ich ihr einen Schneckenkrimi, den sie etappenweise kriegt. Aber ich habe tatsächlich mal daran gedacht, ich habe ihr mal von einer Grafikerin eine Bergschnecke zeichnen lassen. Die habe ich ihr schon als Karten geschenkt. Ich habe kurz drüber nachgedacht, ihr ein T-Shirt zu machen mit diesem Schneckenbild drauf und dann Geburtstagsschnecke drauf zu schreiben. Ja, weil sie meldet sich, das finde ich total witzig, wenn sie Geburtstag hat, Geburtstagskind Annette. So geht ihr dann ans Telefon, das finde ich total cool. Also wenn sie die Nummer erkennt. Sehr cool. Ja, sehr cool. Und da habe ich tatsächlich schon mal daran gedacht. Muss ich mir echt mal aufschreiben, dass ich das vielleicht nächstes Jahr mache. Ja, der Vorteil mit dem T-Shirt ist, du musst nie wieder ein Outfit an diesem Tag aussuchen. Du hast immer ein tolles Outfit im Schrank. Also das zählt nicht, ich habe Dicke zum Anziehen, zumindest nicht an dem Tag. Ah, wie cool. Und das habe ich mal geschenkt bekommen, weil ich eigentlich Pferde mag, also was heißt eigentlich Streichen? Ich mag Pferde, aber ich habe keine Hobby-Berührungspunkte mehr mit Pferden. Trotzdem habe ich es nicht bekommen. Ah, oh, cool. Oh, sehr cool. Ja, fand ich auch. Spannend. Spannend, ich habe eine Teilnehmerin im Workshop, die absolute Pferdefrau ist oder Pferdemensch ist und die in einem Elevator-Pitch, den wir gemeinsam geübt haben in einem Workshop zum Thema Bühne, über den habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Da ging es auch um, was die Körperhaltung sagt und wie du dich auf ein Pferd einlässt und wie das wirkt. Also spannend, spannendes Thema. Es gibt auch viele Leute, die Pferdegestützte Therapie, Pferdegestütztes Coaching übrigens, gerade für Führungskräfte. Ja. Was hast du noch? Also eigentlich habe ich noch viel mehr, aber dann wären wir heute nicht fertig. Aber ich finde noch eins ganz, ganz wichtig, weil ich finde, man kann halt auch mit den T-Shirts seine persönliche Meinung. Oder ich meine, das ist ja eine freie Werbefläche, die man jeden Tag nutzen kann. Ja, genau. Ob das jetzt für die eigene Werbung ist, ob das für irgendeinen Verein ist. Ja, ich meine, jedes Kind trägt irgendein Trikot von einer Fußballmannschaft. Von einer Fußballmannschaft ist ja für die auch quasi wert. Und das finde ich wichtig. Ja, absolut. Da bin ich ganz bei dir. Super. Wo hast du das her? Will ich auch haben. Schicke ich dir mal die Adresse, wo ich sowas hier kriege. Ja, das wäre super. Das ist super. Ich finde auch das mit dem No Planet B. Aber du hast vollkommen recht. Also es ist eine Werbefläche. Ich würde das jetzt nicht benutzen, um hier mein Logo drauf zu machen. Das fände ich irgendwie komisch. Nee, das habe ich auf dem Rücken. Ich habe auch noch eins mit meinem Sprachknuddel-Logo, mit dem Rücken. Und habe aber das in klein hier vorne. Ja, genau. Da habe ich schon mal drüber nachgedacht. Hier das klein. Und hinten ist eine gute Idee, das hinten größer zu machen. Aber hier könnte man so einen Satz, den ich regelmäßig sage oder sowas. Also das finde ich zum Beispiel eine gute Idee. Und das, was du gerade gesagt hast mit den Shirts. Hey, das haben wir doch alle erlebt bei der Europameisterschaft. Das hatten sie alle an. Sie hatten alle T-Shirts ihrer Lieblingsspieler an. Und nicht nur die Kids, viele Kids, T-Shirts der deutschen Mannschaft, sondern eben auch die ganzen wahnsinnig tollen Besucher, die hier nach Deutschland kamen, die eben Shirts ihrer Heimmannschaft an hatten. Die zeigen Präsenz. Ja, das ist Präsenz. Es wurde dadurch noch mal deutlicher. Das finde ich super spannend. Und ich meine, ganz oft tragen wir ja Werbung, ohne dass wir es bewusst wollen. Aber oft hast du eben hier, ob das das Signet von Lacoste, von Polo, von Gantt, von Adidas, von Nike, von Puma und so weiter. Hast du ganz oft oder an Schuhen die Streifen zum Beispiel oder dieser Nike-Bogen. Ich weiß nicht, wie man den genau nennt. Oder ist das Puma? Nee, nee, das ist Nike. Nike, okay. Aber es ist echt, es ist spannend. Wir machen das automatisch. Und da könnten wir es tatsächlich großartigerweise nutzen. Wer das super nutzt, muss mal mit meiner Band reden. Wir haben ja Simply Impossible T-Shirts. Oder die eine, ich habe ein Mikrofon drauf, der eine ein Gitarre, Schlagzeug und so weiter. Mit unserem Bandnamen. Muss ich daran denken, dass ich das mal wieder rauskrame. Aber viele Bands nutzen ja auch T-Shirts als Merchandise-Artikel. Und haben da das Cover des letzten Albums drauf. Und davon habe ich jetzt einige Shirts. Also ich hätte jetzt aus dem Schrank so ein bisschen was von Golden Earring oder ACDC und so weiter in die Kamera halten können. Aber spannend, dass solche Statement-Geschichten, ich habe noch so ein Statement-Piece, das ist ein Regenschirm, ein Mondrian-Regenschirm, da steht sogar drauf, wenn man es nicht weiß. Aber ich wusste es, habe ich mir gewünscht, habe ich von meinem Göttergatten zu Weihnachten bekommen. Fand ich großartig, hat mich sehr, sehr gefreut. Und das ist natürlich auch so ein Statement. Also Farbe, wie wir es letztes Mal schon hatten, kann Statement sein. Aber eben auch dieses besondere Frisur. Oder denkt dran, keine Ahnung, schwarze Doc Martens, schwarze Jeans, schwarze Bomberjacke. Das hat auch ein Statement. Das könnten, ich weiß nicht, ob das unbedingt vielleicht im Bereich Fußballfans könnte, wenn wir jetzt vorhin schon über Fußball gesprochen haben, ich glaube, die Fans der Frankfurter Eintracht haben so ein Dresscode, wie viele andere auch. Oder denkt an die Fanschals, die von den Lilien und so weiter, auch wenn die gerade abgestiegen sind. Aber gut, ich habe ja eigentlich dafür plädiert, dass sie länger in der zweiten Liga bleiben. Ja, wieder aufsteigen. Nach oben. Ja, gerne. Neue Runde, neues Glück. Genau, aber sie sollen mal ein bisschen länger sich etablieren in der zweiten und jetzt nicht nach unten durchmarschieren. Das stimmt. Könnte man meinen, als hätte ich was mit Fußball am Hut. Naja, okay. Aber es gibt eben so mehrere Dinge, die so Statement sein können. Das finde ich ganz, ganz spannend. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer mit dir in der nächsten Sendung drüber reden. Gerne. Sehr schön, machen wir das. Töndö. Töndö. Töndö.